Nach diversen Spielersuche-Fehlern, Spielersuche-Fehlern, ja, kann man so sagen, geht's jetzt los. Und damit hallo seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren. Ich guck mal, Keller. Keller ist sauber. Ich guck oben. Oben ist Lärm, okay. Ich meine, Speisesaal. Ist ja geil. Nein, ist ganz anders. Guck in sichere Kamera, am roten Pink. Nicht ganz so anders. Vollkommen anders. Ah, 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 ah. Böder Astronaut. Oder war noch jemand? Einsatz in fünf Sekunden. Weiter zum Standort des Bio-Gefahren-Behälters. 500. Ne, ne. Also dieser Blitz. Aha. Ja. Ja. die sichere kammer habe ich auch noch doch man ja doch hat noch voll ab ich wollte sich die wand dafür endet nur noch einer vom eigenen trupp man das macht ihr eigener trupp neutralisiert jetzt brauchst du auch nicht mehr kann jetzt spielen wir nur im speisesaal ja ja den raum sicher okay kannst du immer im gelben ping aufmachen können wir daneben verstärken und dann sparsack gut die drohne der gegner hat ihre fahrgut behälter du kannst ich verstärke die wand hat noch einer ne wand ne so viele fenster hibana hibana iq so 4 kommine beil dich kommine beil dich firma lokalisiert erstgeschoss pack haben sie noch Ah, hier immer noch hinten. Kamine vor der Tür. Oh, oh, oh. Er hat geschossen. Er hat geschossen, der böse Bub. Was ist denn? Nur deswegen. Jetzt er gestorben. Der Q war hier hinten. Okay. Ja, was? Mehr Qs. Der hat hier irgendwie vom Bad geschossen. Oh. Er hat auch schon Gummien gefunden. Scheiße, Mann! Ah. Er hat hier. Aua! Nicht! Oh, nö. Gott, geschossen. Ich komme nicht durch die Tür. Ach, das war ja auch ein Loch. Da war er weg. Ich bin auf der Kante wieder zurückgeschnellt. Nee, bin an der Kante zurückgeschnellt. Trotzdem warst du von der Tür noch weiter entfernt. Das war halt deine Tür. Nee, eigentlich war es meine, aber okay. Was, nee, ich habe das Loch da rein. Aber ich hätte die Tür eigentlich im Auge behalten sollen. Nee, mir ging es jetzt um das Bad da. Er wollte durch das Loch. Das ist für ihn eine Tür. Na, die Hawkeye-Tür. Blöde IQ hat die Gumminka versucht. Ja, deswegen. Ich habe mich gewundert, dass hier irgendwo ein Schuss hergekommen ist. Da habe ich mit so viel Einsatz im Gang platziert. Den Standort des Bio-Befahrgut-Behälters finden. Ich gucke in der Keller. Küche und Speiseleiter. Stör sind da im Keller. Stör sind da im Keller. Ich bin da reinköpft, die sind im Keller. Die Hüpfel sind da rein. Ja, genau. Was noch zu? Der Einzige, der das lesen könnte, der Twitch. Steht noch blöd rum. Du kommst. Du kannst echt dran vorrechnen. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Lieber verstecken. In der Ecke. Weiter zum Bio-Befahrgut-Behälter und diesen sicher. Und wieder kein Ölpilmann. Ich werde nach. Bist. Kastlamse noch. Kastlamse noch. Nein, Frau Frost. So wird das nix. Er ist noch verletzt. Achso, das war Frau Frost. Noch einer. Am Schild. Ich komme mit hinten runter. Ja, kann nicht schaden. Solange da keiner... Unten steht, der uns anschießt. Die Drohne eingesetzt. Aktiviert die Drohne. Nichts. Letzter verbleibender Gegner. Ich suche mal. 13-4. Was? Wo gestorben sind? Oh, ich bin total vorbeigesprungen. Da war meine Drohne noch rechts im Bild. Aber Frau Frost hat gemerkt, oben jemand die Matte getappt sofort hin. So, ich habe jetzt alle Geräte kaputt. Ist das jetzt schlimm? Das Schlimme ist, ich brauche nur sechs Geräte. Ne, da brauche ich bloß noch einen. Nehmt Fuse, ein Ace und schon hast du fünf mehr. Brauch bloß eins. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Zeit für einen möglichen Schock. Nein. Mist. Hätte die Taste wechseln sollen. Wechsel doch mal die Taste. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Hier hat einer seine Weste nicht angezogen. Bestimmt der Jack. Sophia und Buck haben sie. Ja. Ich glaube, die kommen beim Balkon rein. Kann das sein, Hawkeye? Nein. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter aufgespürt. Am Fenster ist schon jemand gelber pingen. Die sind jetzt drin. Was ist denn das? Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Ach komm. War doch kein Kopfschuss. Mann. Ibane hat noch einen Lebenspunkt bei den vielen Doppelstockbetten, bei den Zweien, beim Bereich, beim Behälter. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter. So, Ibane bei den Betten links. Check. Kaum leben. Den Bio-Gefahrgutbehälter beschützen. Die hat nur noch einen Lebenspunkt. Die Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälter. Das ist draußen am Fenster. Da ist zu. Die Gegner sich an die Welt erhältlich. Die Gegner sich an die Welt erhältlich. Halber Kreis. Da ist noch Holz. Vorsicht. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter verhindern. Eigener Probe eliminiert. Mission gescheitert. Das ist jetzt nicht mehr. Wa限iert wird. Man muss es nicht weiter lassen. Ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Da geht Titch bestimmt wieder gerne rein in die Matte. Noch fünf Sekunden. Da waren Sie so ein Zwitschirm. Da waren Sie so ein Zwitschirm. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Mist. Ach, er ist schon getwitcht worden. Das ist ja frech. Lade neues Magazin. Die Drohne ist aktiviert. Oh, Frau Frost ist ja an dem Fenster. Scheiße. Mann, hätte die da nicht eher jetzt sein können. Bei der Hotels doch. Frau Frost war zuletzt hier bei der Dusche spinnt. Ach, Mann. Das kann doch nicht sein. Das wird wieder. Im Gang oder wo? Also auf dem Kloß Frost nicht mehr. Okay. Doch, die scheint in der Dusche. Du hast keine Drohne mehr, das ist das Problem. Die scheint links, wenn du jetzt da in das Fenster gehst, links in einer Duschkabine. Da ist jemand. Ein verbleibender Operator vom eigener Flug. Na was? Sie ist da unter der Kamera an der Kugelsicheren. Mist, ey. Ich wollte gerade die Kugelsichere Kamera zerstören und da war ich weg. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschottschüss.